Alter, wer den umgeboxt hat Yo, was geht? The One and Only ist wieder back für euch am Start Und heute zocken wir mal ein bisschen wieder alle gegen den HSV Und mein Gast ist heute der Nico, hallo Ja, wir zocken heute gegen Hannover, das ist auch das nächste Heim- oder Auswärtsspiel I don't know, äh, das nächste Spiel zumindest, was der HSV beschreiten muss Wir sind uns gleich wieder, wenn das Spiel beginnt So, da sind wir auch im Stadion angekommen Hannover gegen Hamburg, ein Klassiker HSV gegen HSV oder auch Das Nordde Alter, ey, wer den umgeboxt hat Jetzt aber Edgar Jawohl, da ist das dringend Da ist das Ding drin, 1 Nuffel nach HSV, Edgar, mach das Ding Nico, hast du aber nicht so gut verteuert, ne? Ich würde auch besser laufen hier Was? Oh, ey, du hast einen noch nie gesehen Komm jetzt, Müller Ach Mami Nein Alter, Alter, das ist knapp Hä? Oh, ich dachte, ich bin nicht mehr Komm, Torwart, mach ihn rein Mach ihn rein Ja Oh, mein Gott Was für ein Tor Jawohl Mach das Ding Ich will mal sagen, es war ein schönes Spiel Ich glaube nicht, dass es in der Realität dann auch so passiert Dass sie 4-0 gewinnen Vielleicht gewinnen sie 1-0 mit Glück Und Nico, dann möchtest du noch irgendwas sagen Oder soll ich einfach die Folge beenden? Okay, danke schön, dass du dabei warst Wir sind es natürlich das nächste Mal wieder Haut rein Liken Abonnieren Nicht vergessen Bis zum nächsten Mal Und ciao